hallo und willkommen zu einer neuen folge minecraft poken attack mit minicraft a.k.max leute es regnet und ist alles so düster leute ich bleibe jetzt für immer hier drinnen hier ist mein neues zu hause hier werde ich nicht nass wir haben kein monster angreifen obwohl leute wie geht's euch ich hoffe euch geht's gut leute ich wollte eine kleine informationsvideo machen deswegen wird das video auch nicht allzu lange ich weiß politik kommt momentan ein bisschen zu kurz aber dafür kommen andere projekte lang kommen letztens diese woche kam eine one piece von 31 minuten die wissen wie aufwendig diese folge eigentlich war an sich war die echt aufwendig so und das ist heftig eigentlich wie viel ich eigentlich momentan andere projekte investieren anstatt in das projekt was ich eigentlich irgendwie mein herz blut rein steckt so weil momentan ist halt so ich streame gerne mehr als vorher und das meiste was ich streame ist halt progetec ist einfach so und fakt und ich möchte heute abend um 19 uhr wird wahrscheinlich wenn alles klappt ich verspreche nichts auf twitch 19 uhr leute schreibt in euren kalender ein stream kommen über progetec vielleicht auch eher aber bis jetzt halte ich 19 uhr fest leute 19 wird ein progetec stream kommt und leute das müssen wir durchziehen also seid alle dabei alle die jetzt zuschauen auch du genau du ich habe was einmal muss dabei sein auf twitch hier kraft unterstrich youtuber abgekürzt y ter also auch unten in der video beschreibung ist ein link leute also schaut da mal vorbei würde mich mega freuen und in dem sinne war es eine kurze folge von minecraft poetic aber am montag wird es wieder ein bisschen länger in dem sinne haut drin bis dann und ciao leute bis dann